Hallo Leute, hier ist euer Pascal Nien und ja, wir haben jetzt 6 Spiele getestet und jetzt ist dann eure Entscheidung, mit welches wir als nächstes Let's Play machen werden. Wir haben hier liegen Sims 3, Heavy Rain, Ken und Leech, Mafia 2, Gran Turismo, Auto, Liberty City und Gran Turismo 5. Also, ihr habt jetzt, ich würde sagen, 2 Möglichkeiten, 2 Spiele auszusuchen, die Mehrheit gewinnt. Das werden wir als nächstes Let's Playen und ja, ich habe mich in letzter Zeit, also jetzt die letzten 3, 4, 5 Tage oder was, das waren nicht gemeldet, weil zu stressig Schule arbeiten und so weiter und so fort. Und ja, jetzt geht's wieder voran und jetzt kommt erstmal heute ein Video raus, vielleicht kommt nachher noch eins raus, ich habe keine Ahnung, ne. Ähm, ja, und ich würde mich echt, also das ist jetzt nur ein kurzes Einspielvideo, weil ihr sollt euch aussuchen, zwischen Gran Turismo, Grand Theft Auto, Liberty City, Mafia 2, äh, Ken und Leech, äh, Die Sims 3 und Heavy Rain, ach da oben, Heavy Rain. So, für die Sachen habt ihr jetzt Zeit auszuwählen, ich würde sagen, ich mache es bis Ende dieser Woche, möchte ich wenigstens einen Vorschlag von jemandem haben und ja, das ist ein Einführungsvideo und ich würde sagen, abonniert mich, kommentiert mich und liked. Bis dahin, viel Spaß noch, euer Pascal Niden, ciao.